MS. Patrick Campbell war eine britische Schauspielerin. Neben Sarah Bernhard und Eleonora Duse zählte sie zu den großen Theaterschauspielerinnen des 19. Jahrhunderts und zeichnete sich vor allem durch ihre unnahbare prä-apha-elitische Schönheit in der Darstellung dramatischer Frauencharaktere von Ibsen oder Shakespeare aus. Leben. Beatrice Stella Tenner war die Tochter des englischen Geschäftsmannes John Tenner und der italienischen Gräfin Maria Romanini. Aus ihrer ersten Ehe mit Patrick Campbell, unter dessen Namen sie später bekannt wurde, stammten zwei Kinder, Ellen und Stella. Patrick Campbell fiel im Jahr 1900 im Burenkrieg. Beatrice behielt den Namen ihres Mannes als Künstlernamen MS. Patrick Campbell zahlt Lebensbei. Nach einigen Versuchen als Laiendarstellerin feierte die junge Schauspielerin 1888 am Alexandra Theatre in Liverpool ihr Bühnendebüt. 1890 hatte MRS. Patrick Campbell ihren erfolgreichen Durchbruch am Londoner Adelphi Theatre, wo sie anschließend von 1891 bis 1893 mehrmals gastierte. In der Titelrolle der Paula aus Arthur Wing Pineros Bühnenstück The Second MS. Tankerei 1893 und in The Mascaradas 1884 am Sankt James S. Theatre hatte sie ihre ersten größeren Erfolge. In dem von Herbert Beer Boomtree am Haymarket Theatre produzierten Stück John A. Dreams spielte Campbell 1884 erfolgreich die Rolle der Kate Cloud. In den Folgejahren brillierte sie in zahlreichen Inszenierungen U.A.R., als Agnes in The Notorious M.R.S., Abbsmith am Garrick Theatre und in Fedora, sowie in Little Iolf und in zahlreichen Auftritten an der Seite von Johnstone Forbes Robertson am Lyceum Theatre in London. Von 1895 bis 1898 spielte MRS. Patrick Campbell überwiegend in Shakespeare-Dramen mit, als Julia in Romeo und Julia, als Ophelia in Humley und als Lady Macbeth in Macbeth. 1900 hatte Campbell ihr Debüt in den USA als Magda am Broadway-Theater in New York City, ein weiterer Erfolg für die Aktrise. Im Anschluss spielte sie mehrere Jahre am Broadway. So gab sie an der Seite von Sarah Bernhard die Melisande in Mauriz Emeter links Pellis E. Melisande oder die Hedda Gabler in Henrik Ibsens' gleichnamigen Stück. Mit Unterbrechungen kehrte sie etliche Male bis 1930 an den Broadway zurück. 1914 heiratete MRS. Campbell in zweiter Ehe den Schriftsteller George Cornwallis West, der zuvor mit Winston Churchills Mutter Jenny Jerome liiert war. Im gleichen Jahr engagierte sie George Bernard Shaw als Elisa Doolittle für seinen Pygmalen. Obwohl Campbell mit 49 Jahren eigentlich viel zu alt für die Rolle der Elisa war, schrieb ihr Shaw die Rolle auf den Leib. Zum einen war die Schauspielerin mittlerweile die bekannteste Darstellerin der Londoner Bühnen und zum anderen für Shaw auch aus persönlichen Gründen die beste Besetzung der Rolle. Denn mit MRS. Campbell verband ihn trotz der Ehebündnisse beider eine intime Beziehung, die oft Anlass für pikante Spekulationen in der Londoner Gesellschaft war. Der britische Maler Philip Byrne Jones kolportierte diese Liebesbeziehung in seinem Werk der Vampire. Campbell und Shaw's langjähriger Briefwechsel, der bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges andauerte, dokumentiert diese platonische Liebesaffäre und lieferte später ebenfalls Material für zahlreiche Bühnenstücke. In späteren Jahren wurde es ruhiger um die Schauspielerin. Die Glanzzeiten des klassischen dramatischen Theaters waren vorbei und so versuchte sie mit bescheidenerem Erfolg in Altersrollen einiger Filmproduktionen Fuß zu fassen. Den Anschluss nach Hollywood verpasste sie jedoch. Ihren Abschied von der Bühne nahm sie 1933. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verschlug es sie mittlerweile krank und mittellos. In die Pyrenäenlandschaft Südfrankreichs wo sie in dem arkitanischen Ort Pau am 9. April 1940 im Alter von 75 Jahren starb und beigesetzt wurde. Rezeption Das Gemälde der Vampire des prä-raphaelitischen Künstlers Philip Byrne-Jones von 1896 zeigt die Gesichtszüge von MRS. Patrick Campbell und löste seinerzeit eine heftige Kontroverse in der Londoner Gesellschaft aus, weil es eine eindeutige Anspielung auf die außereheliche Liesow von Campbell mit George Bernard Shaw ist. MRS Patrick Campbell zählte neben Sarah Bernhard und Eleonora Duse zu den großen Theaterdiven des 19. Jahrhunderts und wurde in zahlreichen Theaterkritiken der damaligen Zeit erwähnt. Der langjährige Briefwechsel zwischen MRS. Patrick Campbell und George Bernard Shaw wurde für das Theaterstück geliebter Lügner des britischen Autors Jerome Kilty adaptiert. Schriften Schriften und Briefe von MRS. Patrick Campbell My Life and Some Letters Autobiografie Kessinger Publishing Co. 2005 ISBN 1417904755 Bernard Shaw und MRS. Patrick Campbell Der Correspondents herausgegeben von George Bernard Shaw Nachdruck bei AMS Press Inc. 2002 ISBN 0404-202330 Der Correspondents herausgegeben von Null. Der Correspondents herausgegeben von Null. Der Correspondents herausgegeben von Null.